Teriyaki-Hähnchen mit frittierten Kartoffeln. Das Hähnchen wird jetzt mariniert mit meinem Allround-Würzer. Und dann kommt dazu, süße Chili-Soße, Teriyaki-Soße, Sojasauce, Sesamöl, ein bisschen Honig, etwas Sesam, Kartoffelstärke. Schön vorsichtig vermengen, noch ein bisschen Knoblauch dazu. Achtung, Kameramann, zwei, drei Stunden marinieren lassen im Kühlschrank. Wedges, Kartoffeln, gewaschen, geschält, geviertelt, mit Schale in Ecken schneiden. Die kommen jetzt in heißes Öl. Vorsichtig. Und jetzt wird das Fleisch eingebraten. Noch ein bisschen Sesamöl. Zwischenzeitlich Bohnenkerne. Von der Pelle lösen, das Fleisch umdrehen. Das ist wirklich, das ist so geil. Und jetzt mal zurück in die Pfanne. Jetzt kommen die Bohnenkerne rein. Bisschen was von der Marinade. Und die kommen hier drauf. Da wird es mal auch wieder. Diese Inlauf-Serie, wirklich sehr geil. Hier rüber, was ist ja ein gutes Gericht. Blitzrezepte, Freunde der Nacht. Nachkochen. Okay? Also, auch Kommentare schreiben.